Hey Leute und herzlich willkommen zurück wieder mal zum Theoretischen Informatik, das zweite und wahrscheinlich letzte Video gerade zu diesem Thema Turing-Maschinen. Und zwar geht es heute um die nicht-deterministischen Turing-Maschinen. Wir hatten seitens mal eine voll-deterministische Turing-Maschine. Eigentlich sehr schön das Ganze und mehr oder weniger auch realistisch, aber es gibt natürlich auch so ein paar theoretischere, noch theoretischere Ansätze als das. Und zwar da, wo die Turing-Maschine plötzlich selbstintelligent wird, nämlich nicht-deterministische Turing-Maschinen. Ja, also was ist der Unterschied zur normalen Turing-Maschine? Ist nicht so kompliziert. Wir müssen einfach nicht mehr hier immer alles angeben, sondern wenn wir zum Beispiel hier das da weg machen, dann ist sie plötzlich nicht mehr deterministisch. Das heißt, bei unserem Eingabezustand hier, wir hatten das letzte Mal hier mit dem Wort A, A, B, B, A gearbeitet. Und unsere Maschine hat hier angefangen, ganz links. Und wenn jetzt hier an erster Stelle ein B steht, dann sollte die Maschine nicht akzeptieren. So, wenn sie jetzt hier einen Startzustand hat und es geht nur der Pfeil A weg und diese Maschine ist nicht-deterministisch, dann bedeutet es einfach, naja gut, wenn B kommt, dann akzeptieren wir nicht. Das heißt, wir schmeißen alles in Müll. Ja, easy eigentlich. Das ist der eine Teil von nicht-deterministischer Turing-Maschinen. Ihr müsst nicht jeden Input hinschreiben, sondern Sachen, die zum Beispiel einfach klar sind, also dass es dann einfach nicht akzeptiert, die kann man einfach annehmen. Das heißt, wenn ihr es nicht hinschreibt, dann ist es einfach nicht akzeptierend. Achtung, nur bei der nicht-deterministischen machen. Bei der deterministischen müsst ihr es dringend hinschreiben. Okay, hier war übrigens dieser Hashtag nicht ein B, das war nur am Ende noch. Okay, was passiert noch? Jetzt schreiben wir unsere Turing-Maschine mal ein bisschen um. Und zwar, wir wollen, dass sie sowohl annimmt, wenn da steht A, A, B, B, A, also A, A, dann beliebig viele Bs und dann A. Oder wir wollen schreiben, wenn nur ein A kommt und dann beliebig viele Bs und dann noch ein A. Ist auch in Ordnung. Also hier vorne, wir ändern es jetzt leicht ab. Hier müssen nicht mehr zwei As stehen, sondern es darf ein oder zwei As stehen. So, nicht-determinismus, OP. Deswegen, wir machen hier einfach noch einen Pfeil hin und schreiben hin, wenn ein A kommt, dann kommt ein Hashtag und wir gehen nach rechts. So, das wäre jetzt die Turing-Maschine A, beliebig viele Bs, A. Das wäre der eine Teil. Und der zweite Teil ist A, A, beliebig viele Bs und noch ein A. Jetzt haben wir hier natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir gehen entweder den Pfad oder wir gehen den Pfad. Und die Turing-Maschine macht das jetzt sehr intelligent, denn sie weiß jetzt zum Beispiel bei diesem Wort hier oben, da kommen jetzt zwei As, dann kommen zwei Bs und dann As. Sie muss den oberen Weg gehen, damit sie in diesen akzeptierenden Zustand reinkommt, denn der untere hier A und dann noch ein A. Ja gut, da sind wir zwar schon im akzeptierenden Zustand, aber danach kommen ja noch zwei Bs und das wäre dann wieder nicht akzeptierend, denn hier geht es ja nicht mehr weiter, hier gibt es ja keine Schleife. Das heißt, alles, was nach diesem akzeptierenden Zustand kommt, also nach A, A, also nach diesen zwei As, wenn wir jetzt den unteren Pfad hier nehmen, sind jetzt zwei As da, das heißt, wir gehen erst hierher, dann hierher, wenn wir den unteren Pfad nehmen und danach kommen zwei Bs und ein A, egal was hier kommt, es kommt automatisch, da wir es nicht hingeschrieben haben, in den Müllzustand. Das ist schlecht. Deswegen sagt die Turing-Maschine, okay, ich weiß, wenn ich den oberen Pfad nehme, dann kommt erst ein A, dann kommt das nächste A und dann kommen beliebig viele Bs, das sind die beiden hier und dann kommt noch ein A und danach kommt nichts mehr. Das heißt, dieser Müllzustand hier kommt gar nicht in Frage, wenn wir den oberen Pfad nehmen, dann ist das ganze Wort akzeptiert, also nimmt die Turing-Maschine automatisch den oberen Pfad. Aber wenn wir jetzt das Wort A, B, 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 A haben, dann wäre der obere Zustand A, dann kommt ein B, das heißt, hier wären wir im Müllzustand und wir würden das Wort nicht akzeptieren. Wenn wir aber den unteren Pfad nehmen, dann kommt hier ein A, dreimal eine Schleife, also dreimal ein B und dann wieder ein A und das Wort ist akzeptiert. Das heißt, bei dem Wort hier nimmt sie automatisch den unteren Weg hier, also A, beliebig viele Bs und A. Also sie entscheidet sozusagen immer zugunsten von akzeptieren, welchen Pfad sie jetzt nehmen soll hier. Sie hat ja jetzt hier bei A eben diese zwei Möglichkeiten, sie entscheidet automatisch für den richtigen, der dann noch am Ende akzeptierend ist. Das ist das Coole bei nicht-deterministischen Turing-Maschinen, sie sind sozusagen intelligent. Wenn man das Ganze deterministisch machen möchte, dann wäre das viel, viel aufwendiger, aber das überlasse ich jetzt euch mal als Übungsaufgabe, dass ihr diese nicht-deterministische Turing-Maschine deterministisch macht. Viel Erfolg dabei, das war es von meiner Seite und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!